Gut, wenn das Ganze dann im Photoshop drin ist, haben wir jetzt hier quasi die zwei Smart-Objekte. Das ist unser Original, ich weiß nicht, da ist jetzt so viel Unterschied. Ja, man sieht schon ein bisschen was. Auf jeden Fall, das Ganze ist relativ aufgehellt, aber das Hautbild ist relativ, oder beziehungsweise ist absolut normal noch. Und nach diesem Schritt, also es bleibt jedem selbst überlassen, ich bin da so ein bisschen ordentlicher, gerade wenn ich weiß, es wird ein Bild mit mehreren Ebenen, packe ich mir die Sachen immer in spezieller Ordner. Das heißt, wie in dem Fall, das war jetzt unsere RAW-Bearbeitung. Ich schreibe auch noch RAW hin, passt. Und wer will, kann das hier unten auch noch machen. Ich lasse das jetzt mal so. Da kann ich mal ratzfatz hin und her klicken, da brauche ich eigentlich keinen Ordner. Nimmt nur Speicher. Okay, gut. Als nächsten Schritt, man sieht in den ganzen Bildern relativ viel mal hier irgendwie so kleine Pickelchen oder irgendwie Haare. Hier so ein bisschen Schmutz oder ein bisschen Haut oder von Make-up irgendwie, würde ich sagen. Ich mache da immer ganz gerne nochmal so einen kleinen Cleaning-Abschnitt, sage ich mal. Das heißt, ich nehme diese Datei, mache mit Ctrl-Alt-Shift-E, mache ich alle Ebenen, fasse ich die zusammen auf eine und nehme mit dann mein Bereichsreparaturwerk weg und gucke einfach mal durch, dass ich solche Sachen leicht einfach wegschieben kann. Zum Beispiel hier so ein H. Lässt sich so super einfach wegschieben. Es gibt da zwar dann noch andere Vorgehensweisen, zu denen wir auch später kommen, aber um das eher ein bisschen schneller zu machen, und man sieht halt doch keinen Unterschied, ob das jetzt mit irgendeiner Frequenztrennung gemacht ist oder nicht, kann man hier einfach erstmal die schnellen Sachen wegarbeiten. Und da sieht man nichts von. Also, ich habe mir sagen lassen, es gibt Leute, die arbeiten hier wie so ein Drucker, von links nach rechts oder von oben nach unten, einfach diese Bilder durch. Irgendwie kann ich das nicht. Ich habe immer ein Problem damit, lange auf einer Stelle zu bleiben und springe dann immer mal rum. Guck mal da, okay, wie sieht es da aus? Hier mal wieder so ein bisschen Make-up. Das ist jetzt alles nichts Tragisches, das kriegen wir später sowieso weg, da brauchen wir eigentlich uns jetzt nicht so mit aufhalten. So ein Pickelchen, da sieht man nichts, dass da irgendwas hin- und hergeschoben wurde. Nichts Tragisches. Eigentlich war es das hier auch schon. Man kann mal gucken, Haare sind immer so eine Sache, wenn die hier so fluseln. Gerade wenn eine Gegensichtssituation ist, wie in dem Fall, ist es schwer. Wir können mal probieren, ob wir das wegkriegen auf die Art und Weise. Würde theoretisch gehen. Aber je näher wir an den Kopf kommen, so komplizierter wird es. Deswegen würde ich das wahrscheinlich nur im Groben machen und Einzelheiten, sofern es überhaupt stört, im Nachgang machen. In einer anderen Variante, die ich euch dann noch zeige. In dem Fall gibt es halt immer so Stellen, da fällt das dann so ein bisschen auf. Ich meine, wenn man es weiß, wenn man es weiß. Wenn ich hier so mal drüber gucke, da fällt mir eigentlich nichts auf, dass da irgendwie was hin- und hergeschoben ist. Aber ganz so schlimm, muss ich ehrlich sagen, finde ich diese Haare immer gar nicht. Jetzt sterbe ich das hier schon ein bisschen. Aber wir lassen es einfach mal so. Genau. So. Okay. Wie gesagt, ich habe direkt auf der Ebene bearbeitet. Und habe hier so ein paar kleine Säuberungsarbeiten gemacht. Hier zum Beispiel das hier. Man könnte es damit machen. Ich glaube, das ist nicht so tragisch. Ja, das passt sogar. Und jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Und zwar, wir haben viele Hautporen, die zum Beispiel relativ groß sind manchmal. Kommt eben vor. Wir haben hier so ein bisschen eine kleine Falte unterm Auge. Oftmals bei Hautpornproblemen und alles, was ein bisschen dezenter in die Haut reingeht und ein bisschen, um das ganze Hautbild zu verschönern, gibt es eine weitere Option. Das ist die Frequenztrennung. Und dazu kommen wir im nächsten Schritt. Das ist die Frequenztrennung. Und wie kommt es? Das ist die Frequenztrennung.